Mein Name ist Pauline Ravelle. Ich bin Amelie Müller. Ich bin Sopranistin am Landestheater hier in Flensburg. Ich singe die Rolle der Madame Herz im Schauspieldirektor von Mozart. Ich die Madame Silberklang im Schauspieldirektor. Am Tag einer Vorstellung schlafe ich vorher viel. Ich bin meistens lieber eine Stunde vorher da, weil ich dann Zeit habe runterzukommen und mich zu konzentrieren. Dann mache ich viel Yoga. Ich meditiere auch viel. Man muss immer so ein paar Stunden vorher gut was gegessen haben, aber nicht kurz davor. Dann mache ich auch mit der Stimme Übungen. Meine Stimme ist nie weg. Meine Stimme ist nie weg. Wenn sie doch mal weg ist. Schweigen. Schweigen ist das Beste, was man machen kann, wenn die Stimme weg ist. Entspannen. Das ist sehr wichtig, meine Seele frei zu machen. Viel trinken. Viel trinken. Und ganz leichte Summenübungen. Das ist das Beste. Ich trinke auch Tee. Natürlich mit Ingwer, Zitrone, Honig, Thymian und das war's. Ich trinke auch Tee. Ich trinke auch Tee. Vielen Dank.